Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich Willkommen bei den Track Nerds, eurem Star Trek Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallihallo. Alle 14 Tage, naja, wie das bei uns ist, fast alle 14 Tage, besprechen wir immer aktuelle Folgen einer Star Trek Serie. Diesmal Strange New Worlds, die Folgen 3, 4 und 5. Und bevor wir das aber machen, Michael, wir haben jetzt noch ganz, ganz, ganz viel mehr, auch wenn das mit dem Umstellen von dem Feed irgendwie noch nicht so ganz geklappt hat. Ja, das stimmt. Ganz, ganz, ganz viel mehr findet ihr weiterhin auf Nerdizismus.de, auch wenn ihr unsere ganzen Feeds dann manchmal nicht in eurem Podcatcher findet, findet ihr den Rest immer auf Nerdizismus.de, wenn die Seite denn gerade geht. Denn da findet ihr nicht nur alles, was wir bisher geschrieben und aufgenommen und irgendwann jemals gemacht haben. Nein, ihr könnt uns auch Feedback geben und zwar am liebsten über die Info at Nerdizismus.de, klassisch per Mail. Oder ihr schreibt uns eine WhatsApp an die 01525 9647 709, gerne auch als in Form einer Sprachnachricht. Oder ihr diskutiert fleißig mit auf Nerdizismus.de slash Discord. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei Podcast Addict, bei Spotify und bei iTunes. Da könnt ihr uns dann entsprechend auch Sterne hinterlassen. Das hilft, dass der Algorithmus diese Show einfach gut bewertet und gut findet, so gut wie ihr sie findet und dann einfach auch entsprechend höher rankt und besser gefunden wird. So, das soweit der üblichen Vorrede. Feedback haben wir gar nicht so. Ich muss auch ehrlich sagen, dass, vielleicht ist es auch ein bisschen saisonal bedingt oder weil wir halt den Star Trek Feed jetzt mal kurz ein bisschen umgestellt haben oder so. Ich weiß es irgendwie nicht so genau, aber die Hörerzahlen bei Strange New Worlds kommen lange nicht an PK heran. Ich frage mich so ein bisschen, was das, woran das liegt. Meine Verbutung ist schlicht und ergreifend Paramount Plus. Das hat einfach nicht jeder. Ja, total. Ich meine, ich habe es mir jetzt mal wirklich drei Monate richtig gegönnt, was das anging. Und auch zum Prime Day von Amazon konnte man sich ja schnappen. Aber ja, halt noch ein Streamingdienst. Und nachdem die Leute jetzt doppelt für Netflix bezahlen müssen, weil sie aus ihrem ganzen Sharing rausfliegen, haben die keine Lust extra noch für Paramount Plus zu bezahlen. Außerdem hatten wir ja weiterhin das Problem, dass Strange New Worlds ja allein bei der ersten Staffel ewig gebraucht hat, um überhaupt in Deutschland rauszukommen. Also bei den meisten ist es gar nicht auf dem Radar, was das angeht, was eine Schande ist. Ja, absolut. Dann kommt ja noch dazu, dass du aus besagten Steuergründen, die ich endlich mal recherchieren will, aber ich habe es auf den ersten Blick nicht gefunden. Vielleicht weißt du das ja, was sind denn diese steuerlichen Gründe, warum man Serien dann aus dem Streaming rausnimmt, obwohl sie ja originär zu einem selbst gehören. Man dafür also keine großen Lizenzgebühren zahlen muss und sie ja eigentlich dann auch eine Anthology-Sammlung im Rahmen von so einem Streaming, wo ich ja dann sage, ich hätte gerne alle Bond-Filme, ich hätte gerne alle Star Trek-Filme, alle Star Wars-Filme, dass es dann das eben kaputt macht. Also ich meine, es sind natürlich Kosten, klar, auch da muss man dann die Schauspieler rückvergüten etc. pp. Aber das ist ja alles noch so schwammig. Das ist ja eben nicht, das ist ja die Sache, da muss man ja keinen verkündigen. Richtig, genau, das ist ja halt eben alles noch so schwammig, weil niemand seine Zahlen veröffentlicht und deswegen ja die Schauspieler aktuell auch gerade im Streik sind, genauso wie die Autoren. Genau, also das Streaming hat so einiges verkackt, nicht nur in der Pandemie, auch nachher. Alle wollten auf dieses Netflix-Modell aufspringen und das ist jetzt nach hinten losgegangen. Und ja, dieses Abschreiben der ganzen Sachen, also dass jetzt jede Menge Dinge verschwinden. Ich habe es ehrlich gesagt bei Paramount Plus in Deutschland noch nicht geschaut. Ist da auch Prodigy runter oder das ist eine der Sachen? Ja, 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 doch, doch. Also ich habe jetzt nicht explizit nachgeguckt, aber es hieß, dass es noch fünf, also vor ein paar Wochen hieß es noch fünf Tage. Dann habe ich es noch eben schnell zu Ende geguckt und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob es noch da ist, aber meines Wissens ist es weg. Ja, okay, also soweit ich das verstehe, das ist natürlich noch eine ganz eigene US-Geschichte, was das angeht, können die gewisse Sachen einfach als Abschreibungsobjekt ins Nirgendwo verschwinden lassen. Also ich gehe davon aus, dass sie irgendwelche Steuern zahlen müssen, wenn das Ganze gesendet wird und irgendwelche anderen Kosten noch dabei sind, sei es Lizensierung, sei es irgendwelche Leute, die bezahlt werden müssen. Und das müssen sie scheinbar alles nicht und können das irgendwie von der Steuer abschreiben, wenn sie es im Vault verschwinden lassen, also im Tresor, was das angeht. Aber, naja, man munkelt ja, dass sie es rumshoppen, dass es irgendwo anders hingehen soll. Aber scheinbar ist dieses System irgendwie so, dass wenn man es dann nicht veröffentlicht und sagt, hey, wir haben hier Scheiße gebaut, soll keiner sehen, aber dafür brauchen wir auch keine Steuern zahlen oder können wir abschreiben, scheint das so zu gehen. Ich kann es mal fürs nächste Mal nachschauen, ist ein ganz guter Punkt, was das dann bedeutet, weil bei uns ist es ja eher so, wir schaffen was an und schreiben es ab, aber das scheint noch irgendwie anders zu funktionieren. Anscheinend, also das würde mich wirklich interessieren, vielleicht schlägst du das mal nach und dann haben wir da mal etwas Licht ins Dunkel gebracht, denn ich habe manchmal das Gefühl, es wird einfach so reingeworfen, so als Ausrede für alles, ohne dass man eigentlich irgendwie so genau hinterfragt, warum das Ganze eigentlich stattfindet. Und wir hatten es ja schon mit dem Batgirl-Film, der komplett im Vault verschwunden ist, also im Tresor. Es gab ja früher, es gibt ja auch noch den Giftschrank, da kommen natürlich dann Sachen rein, die keiner mehr sehen darf. Das natürlich auch, aber das ist ja hier eben nicht so der Fall. Also ich bin mal gespannt, was du da so zutage förderst. Zumindest kann man da sagen, also Paramount Plus sind ja nicht mehr die Einzigen, die das machen. HBO macht das, Paramount Plus macht das, Disney hat ja sogar Sachen runtergeschmissen, die erst sechs Wochen im Streaming-Service drin waren, was noch das Krasseste ist. Und ja, man muss sagen, Paramount hat da wieder ziemlich einen Scheiß gebaut. Ich meine, die Fans waren nie zufrieden, als dieses, ich glaube CBS war es, die es damals gesendet haben, oder jedenfalls da, wo Star Trek immer gesendet wurde, wurde das ja auch immer sehr stiefmütterlich behandelt. Gerade in den 90ern, was das angeht, waren ja einige Fans auf den Sender ziemlich wütend, der das gesendet hat. Und hier ist es ähnlich. Also erst haben sie mit einem großen Push sich alles wiedergeholt, haben richtig viel Geld investiert, schreiben noch fett auf ihren Service drauf, The Home of Star Trek, das einzige Zuhause von Star Trek. Und jetzt war es das jetzt so langsam, weil das nicht mal scheinbar ansatzweise profitabel ist, was du ja immer mal wieder gemutmachst hast, allein durch deine Google Analytics Sachen oder deine Google Trends Sachen, die da sind. Und scheinbar scheint es das jetzt zu bestätigen. Und diesen, also ich gehe da ganz stark davon aus, weil Star Trek einfach nicht so ein Massen-Franchise ist wie alles andere, dass es jetzt in Zukunft dafür zuführen wird, dass wir Star Trek doch wieder auf anderen Streaming-Diensten zuhauf sehen werden. Und dann sind die Folge drei Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, morgen und morgen und morgen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann geht es übermorgen auch noch so weiter. Was soll ich sagen, ich hatte es in unserem ersten Auftaktfolge schon gesagt und es bewahrheitet sich leider immer mehr. Ich bin nicht wirklich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin einfach von diesen drei Folgen nicht beeindruckt. Das hat man alles schon mal gesehen. Das ist alles nichts Originelles. Es ist wirklich bestenfalls eine kleine Variante von irgendwas. Ja, kann man jetzt sagen, war sicherlich bei Star Trek immer wieder mal der Fall. Aber auch hier mein Standard-Argument, wir sind einfach jetzt 20, 25 Jahre weiter. Da wünsche ich mir einfach irgendwie ein bisschen mehr Innovation. Das geht schon beim Titel los. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow ist ein Zitat aus Macbeth. Ist im Grunde genommen einfach nur die Toss-Folge All Our Yesterdays. Ist sogar die gleiche Szene von Macbeth. Da frage ich mich halt immer so, ach, da kommen sie sich so unglaublich schlau vor. Und vor allem finde ich, dass morgen und morgen und morgen klingt so nach Murmeltiertag. Da hätte ich so eine Folge erwartet, wo sie immer wieder das Gleiche machen. Also das hätten wir auch schon fünfmal gehabt. Aber für mich passt der Titel überhaupt nicht, außer dass irgendjemand da ganz besonders schlau sein wollte. Ja, was soll ich sagen? Ich war von dieser, neben den Implikationen auf den Lore, von denen ich gleich noch ein bisschen was zu sage. Ja, das war mein erstes Urteil zu dieser Folge. Es war irgendwie okay. Es war nicht so schlimm, wie der Ausflug unserer Crew PK in Staffel 2 ins L.A. der Gegenwart. Das war ja ein absoluter Tiefpunkt. Aber es war trotzdem einfach nicht gut. An so vielen Stellen nicht gut. Und wie immer, wie immer, sehe ich the big picture und sehe diese Geschichte und sage mir, das ist okay. Und im Detail, in den kleinen Bits and Pieces, da versagen sie dann so unglaublich krass. Und das verstehe ich einfach nicht. Wir werden drüber sprechen. Wie bist du rausgegangen aus Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow? Begeistert. Also, ich muss dir jetzt bei diesen, ich muss dir wahrscheinlich heute ständig widersprechen bei diesen Episoden. Okay, ich bin gespannt. Weil für mich, also ich stimme dir zu in gewissen Dingen, dass man durchaus bei Story-Elementen optimieren kann. Und dass natürlich wir das in einer gewissen Art und Weise diese Episode, die nächste und die übernächste, in anderen Formen gesehen haben. Schon diverse Male in diversen Sci-Fi-Serien, nicht nur bei Star Trek. Da denke ich vor allem jetzt an die Lotus-Eater-Episode. Dann muss ich immer an die Stargate-SG1-Episode denken, wo sie auf diesem Planeten in irgendeiner Mine arbeiten müssen und nicht mehr wissen, wer sie sind. So ungefähr. Aber, jein. Also, ja, hat man gesehen. Aber was diese Serie, Strange New World, für mich einfach perfekt macht, und das lässt mich alles andere vergessen, sind die Charaktere und die Atmosphäre. Und da geht hier nichts drüber. Selbst, man kann sich über diesen Kirk streiten, aber man kann auch sagen, dass es eine andere Version von einem Kirk ist. Man kann darüber streiten, dass sie wieder irgendwie in die Gegengarde gegangen sind, aber ich fand, hier hat es im Gegensatz zu anderen Gegenwarten sehr gut gepasst. Und dass man doch noch ein bisschen ein Stück von dieser Zukunft da mit reingenommen hat. Und dass man versucht, ein bisschen das um die eugenischen Kriege noch mal wieder gerade zu rücken, wo sich keine Star Trek-Serie mit bekleckert hat, was das alles angeht. Aber für mich hat die Atmosphäre gepasst. Für mich haben die Charaktere gepasst. Das ist eine so dermaßen starke La'an-Episode. Ich fand die Schauspielerin okay bisher und ich fand es schade, dass man noch nicht so viel von ihr gesehen hat. Man hat wirklich, sie war eher der Nebencharakter, was das angeht. Hier hat sie endlich, und das muss ich auch loben an diesen drei Episoden, hier haben Nebencharaktere den Fokus bekommen. Und jemand wie La'an wurde ausgearbeitet. Und wir erfahren mehr über ihr Inland. Man erfährt vielleicht nicht so viel von ihrer Backstory, aber man erfährt, wer sie ist. Und das ist, finde ich, das Wichtige daran. Und ja, die Christina Chong, die hat für mich, wenn auch meistens Sci-Fi-Serien bei Awardshow drauf, nicht so sehr belohnt werden, sollte die definitiv irgendeinen Emmy hierfür bekommen. Weil das war für mich gerade zum Ende hin so dermaßen stark gespielt. Und ich muss sagen, ich habe selten bei einer Star Trek-Show, dass mir so ein bisschen Pipi in den Augen da ist. Dafür ist mir entweder Star Trek meistens zu clean gewesen in Richtung TNG, oder es war von mir zu weit weg. Aber hier standen mir am Ende, als sie vor allen Dingen an sich halten musste und den Gegenwartskirk gesehen hat, standen mir auch fast Tränen in den Augen. Deshalb hat mich die Episode, auch wenn sie ein paar Fehlschritte hatte, extrem mit reingezogen. Und ich fand die absolut klasse. Da bin ich auch grundsätzlich völlig bei dir. Ich fand das, was die Chong da abgeliefert hat, geradezu sensationell. Also das hat für mich voll gepasst. Da ging es mir genauso. Ich konnte ihren Schmerz wirklich richtig nachvollziehen. Und das war wirklich klasse, ganz ehrlich. Das war auch eine schöne Charakterentwicklung. Dafür brauche ich aber den Timey-Wimey-Quatsch nicht drumherum. Das hättest du mit jedem anderen Officer, der dann auf irgendeiner Außenmission stirbt, halt genauso erzählen können. Gut, jetzt gibt es halt hier noch den Kirk, der unkirkigste Kirk aller Kirks. Wo ich mich dann halt frage, warum überhaupt ein Kirk? Also warum? Verstehst du, wenn der Kirk doch sowieso völlig unkirkig ist. Er sieht ja nicht mal ansatzweise so aus. Er sieht eher aus wie Jim Carrey. Und warum überhaupt dann einen Kirk? Das könnte auch Lieutenant Commander Schießmichtod sein. Es würde nichts ändern. 0,0. Es würde nichts ändern. Und deswegen verstehe ich es. Stattdessen schießt man sich wieder lore-technisch einfach so in den Fuß. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass diese Folge von David Reed kommt, der auch für The Boys schreibt, was ich ja durchaus abgefeiert habe, bis auf die letzte Staffel. Die habe ich noch nicht zu Ende geschafft, weil sie dann doch ehrlich gesagt nur noch Gore war und sonst gar nichts mehr. Aber da gehen wir bestimmt auch noch. Die schaffe ich bestimmt auch noch mal. Das kann der schon deutlich besser. Und ich vermisse einfach im Moment bei diesen drei Folgen so das Track und die Stars. Also das ist Star-Track, sondern wir gehen halt wieder mal zurück. Und die Geschichte von Lan, so viele Fragen ich dazu auch habe. Die fand ich ja grundsätzlich erst mal völlig in Ordnung. Da habe ich ja auch gar nichts dran. Das funktioniert für mich im Grunde auf allen Ebenen. Auch wenn ich jetzt rein rational fragen muss, dann ändere halt deinen Namen. Ganz ehrlich, dann nenn dich halt anders. Wenn es dir so auf den Sack geht, dass du halt Hitler oder Mussolini oder Stalin mit Nachnamen heißt, dann ändere deinen verdammten Namen. Also, ja, ich denke weiterhin. Also, ich sehe jetzt Strangely Worlds so ein bisschen in dem Licht. Also, wenn es dem Muster der bisherigen Folgen von Staffel 2 folgt. Staffel 1 war ja zudem auch schon ein bisschen. Dass es für mich ein Wiederaufleben und eine Neuinterpretation alter Star-Trek-Geschichten mit einer neuen Crew ist. Also, wir haben ja die Essentiellen. Wir haben die Timey-Wimey-Geschichte, wo sie in die Gegenwart gehen. Wir sind auf einem Planeten, wo sie gegen ihren Deserteur quasi kämpfen müssen und irgendeine Hürde wie Einschlafen oder Ähnliches bekämpfen müssen. Und wir haben die typische, jemand muss sich verhalten, jemand wird verändert und muss sich ganz anders verhalten, um eine Situation zu übergehen. Das haben wir tausendmal in Star Trek erlebt. Aber für mich, deshalb sehe ich Strange New Worlds als eine Serie, die vorhandene Star Trek durch eine moderne Linse neu aufleben lässt. Und dabei eigene Akzente setzt. Und ich denke schon, dass die auf jeden Fall eigene Akzente gesetzt haben und das viel drin haben, was ich ja eben auch schon gesagt habe, was andere der Star Trek-Serien zur Zeit, ich sehe vor allem zu Picard und Discovery, in den letzten Jahren enorm vernachlässigt haben. Und zwar starke Charaktere da reinzubringen. Und wenn diese starken Charaktere da drin sind, die mir sympathisch sind und mit denen ich mitfühle und wo ich das Team einfach toll finde, da kann ich auch verzeihen, dass dann ist die Story fast nebensächlich für mich. Ich sage nicht nebensächlich für mich. Patrick Willems, ich weiß nicht, ob du den YouTuber kennst, der hat vor ein paar Monaten ein wunderbares Video zu einer Kategorie namens Vibe-Movies rausgebracht, die er selber benannt hat und gesagt hat, was ist denn ein Vibe-Movie? Ein Vibe-Movie ist sowas wie James-Bond-Movies oder Tenet. Er hat durch Christopher Nolan's Tenets, hat er sich ein paar Filme in diesem Stil angesehen, also die klassischen Agenten-Filme, die high-glossy sind, wo jede Menge Wischi-Waschi-Hightech geredet wird, aber letztendlich das alles völlig egal ist, weil wie bei Mission Impossible die Set-Pieces, der Vibe der Charaktere und die gesamte Atmosphäre stimmen muss. Da ist der McGuffin, der das niedrigste Element, was man haben muss, selbst in diesem Film sagen die Filmemacher immer wieder, der McGuffin kann eine leere Hülle sein, in die man alles rein interpretiert und die einfach nur ein Vehikel ist, um diesen Vibe zu fördern. Und je mehr ich jetzt erzähle, desto mehr ist Star Trek Strange Two Worlds für mich eher eine Vibe-Star Trek-Serie. In diesem, hat den absoluten, das Vibe-Gefühl, ohne, dass man jetzt unbedingt auf manch andere Tugenden reingehen muss, wie ich hab bestehende, ich hab wissenschaftliche Konzepte, die komplett hinterfragt werden und ähnliches. Sondern, dass es eher geht, wie kommen diese Charaktere mit Star Trek-mäßigen Situationen klar und wie kommen die da hinaus und wie entwickeln die sich weiter, ohne, dass der Rest zählt, weil es das Feeling, die Visuals und die Charaktere zählen und die Story nur zweitrangig ist. So würde ich es jetzt, glaube ich, mal betrachten, was das angeht. Ja, aber das ist doch scheiße. Also ich verstehe, ich verstehe den Punkt, den der machen will, aber das ist doch, das ist doch Bullshit. Also das ist doch, also das stimmt. Nein, nein, der hat das nicht über Star Trek gesagt. Der hat das nicht über Star Trek gesagt. Ja, aber das, das passt ehrlich gesagt da drauf. Das ist ja das, was ich sage. Das sind Menschen, die gucken sich ein Top Ten Star Trek Moment Video an und glauben, sie haben es dann verstanden. Und das ist das. Das heißt, das vibet irgendwie so ein bisschen nach Star Trek, aber es ist halt keins, beziehungsweise es hat halt die Essenz nicht. Das heißt, man darf da auf gar keinen Fall ein bisschen am Lack kratzen, dass wir die Chinesen, die Paris nachbauen. Ja, das kannst du machen und das sieht halt dann auch so aus wie Paris, aber es ist es halt einfach nicht. Und du brauchst und du darfst auch nicht nur eine Querstraße weitergehen, weil dann fängt nämlich fucking Ordinary China an. Ja, aber das meint, das, das ist es für mich aber auch nicht. Also für mich, ganz persönlich, fühlt sich die Serie wie eine Star Trek Serie an. Ja, es ist keine Star Trek Serie. Also für mich fühlt sich das total. Wir haben bekannte Konzepte, bekannte Plots, die durch die Linse eines neuen Teams. Denk dir doch mal was Neues aus. Vielleicht kommen wir da ja noch hin. Also ich sehe diese Staffel in die, ich sehe diese Staffel in dem Motto, äh, Motto. Und für mich zählt in dem Fall, weil das haben wir in den letzten Jahren komplett vernachlässigt, das hatte ich eben gesehen, äh, eben gesagt. Star Trek und, äh, PK und Discovery haben ja noch niemanden, nicht mal auf dieser Ebene des Teams oder der Atmosphäre funktioniert. Das ist richtig, ja. Für mich. Und das kriegen sie hier wieder hin. Lass sie dann in der dritten Staffel dann auch wirklich mit tollen Geschichten daherkommen. Aber für mich zählt gerade hier deutlich mehr das Team und die Charaktere, wie sie aufgebaut werden und wie sie zusammenwachsen oder auseinanderwachsen. Also mehr dieses Soapige dahinter. Anstatt, dass ich jetzt gerade bei Strange New Worlds den Anspruch daran habe, dass es Star Trek neu erfindet. Es muss für mich nicht Star Trek neu erfinden. Es muss erst mal in einer Basis funktionieren, wie die letzten Jahre die Star Trek-Serie nicht funktioniert haben. Und das ist die große Stärke gerade an dieser Serie, finde ich. Ja, dann hast du aber deinen Anspruch wirklich auf ein Minimum runtergeschraubt. Wir haben seit, ja, wir haben seit 2017, hängen wir jetzt schon mit diesem New Trek rum und wir haben uns aufgeregt bis zum Geht nicht wer über gewisse, gewisse Serien. Und ich finde, wenn wir allein vom Vibe das jetzt wieder herbekommen, das ist für mich schon ein großartiger Ansatz. Und ich sehe, dass der Rest noch kommen kann. Ich meine, ähm, guck dir hier Seth MacFarlane Orville an. Das war am Anfang auch, hatte so seine Sachen. Ja, die haben sich schneller gefunden. In der Staffel 2 war es schon ein ganz starkes Track, was noch mehr Track als das jetzt hier ist. Ähm, aber ich finde, für die Serie, für das, was sie in diesem Team als Brückenteam, als Crew zusammenbekommen, hat das für mich zehnmal mehr Star Trek Feeling als alles, was wir in den letzten fünf Jahren präsentiert bekommen. Da bin ich ja bei dir. Da bin ich, da bin ich ja grundsätzlich bei dir. Da bin ich auch, ich bin vollkommen d'accord. Aber ich hatte halt eben, sagen wir mal so, Mitte der zweiten Staffel, hätte ich jetzt dann doch langsam gerne mal den Bogen, dass man den raus hat, vor allem, weil man ja genug Blaupausen hat. Und dafür passt für mich so ein bisschen. Also, es ist ja das, was ich schon immer wieder gesagt habe. Das gilt auch für Star Wars und andere Dinge auch. Es gibt diesen Sandkasten und man macht nichts draus. Man ist einfach obsessiv, hängt man an Kirk und Khan dran, als ob es nichts anderes gäbe. Und den Borg. Das ist so. Als ob es nichts anderes gäbe. Und man muss ja dafür am Ende des Tages ja sogar Enterprise dann noch feiern, dass sie mit diesem Cindy Warp mal was Neues gemacht haben. Ja. Oder Deep Space Nine, die sich halt das Dominion ausgedacht haben und so weiter. Moment, aber Enterprise hat in der dritten Staffel das gemacht. Wir hatten 40 Episoden vorher. Ja, ich weiß. Hier sind wir jetzt in der 27. Episode so ungefähr. Naja, du bist bei Strange of Worlds, bist du erst in der 15. oder in der 13. oder sowas. Nein, also wir hatten ja, genau, wir hatten 10 Folgen, glaube ich, bei dem, es stimmt, wir sind ja erst bei der 13. oder 14. Ja, eben. Und wenn zum Beispiel Enterprise oder TNG nach dem bewertet worden wären, dann hätten wir gleich aufgeben können. Ja, nochmal. Aber man hat das Wissen von Enterprise und TNG. Man kann nicht sagen, man fängt halt nochmal von vorne an. Aber das ist ja auch nichts, was wir nicht schon 10.000 Mal irgendwie diskutiert haben. Und das ist halt wie bei Discovery. Man hat sich eine Ecke geschrieben dadurch, dass es einfach diese Prequel-Serie ist. Dass es dahin führt, wo die dann in ein paar Jahren mit Kirk sind. Und wenn sie den Kanon jetzt nicht komplett brechen wollen, dann gibt es am Ende leider nur solche Arten von Geschichten, die man damit reinbringen kann. Weißt du, es ist halt auch so, dass ich mich natürlich auch ein bisschen veräppelt vorkomme von den Machern. Und eine Sache ist mir halt von Akiva Goldsman, der sich dann letztens geäußert hat, hat halt wirklich, also da habe ich mich echt aufgeregt. Es ging darum, dass man in dieser Folge ja mal wieder diese ominösen eugenischen Kriege mal wieder ein bisschen umgedeutet hat. Also die haben so, so war bisher so die allgemeine Canon-Geschichte. Das ging ja los in Space Seat, in der ersten Staffel in Tos, wo man es dann zum ersten Mal auf Kahn trifft. Dann ging es halt um diese eugenischen Kriege. Die waren so von 1992 bis 1996. Und da ist dann, je nachdem, was man da sich so anguckt, sie ist dann irgendwie da so ein Viertel der Weltbevölkerung draufgegangen. Oder nur ein paar Millionen. Und das ist, das schwankt immer sehr, so. Und jetzt retcannt man sozusagen diese ganze Geschichte. Okay, ich bitte Applaus für diesen Wortwitz. Und verlegt dann diese eugenischen Kriege ins Jahr 2035 oder so irgendwas. Und ich frage mich halt so, warum? Und dann wird Eukiva Goldsman das gefragt und er sagt dann halt so, das ist eine Korrektur, denn alles andere wäre albern. Oder Star Trek hört auf, in unserem Universum zu sein. Es ist ein Pilotfilmproblem. Wir wollen, dass Star Trek eine, also ein Pilotfilm von ganz früher. Wir wollen, dass Star Trek eine aufstrebende Zukunft ist. Wir wollen in der Lage sein, uns die Föderation als Sternenflotte zu träumen. Ich denke, das ist zum Teil der Spaß daran. Und um Star Trek in unserer Zeitlinie zu halten, also in unserer echten realen Zeitlinie, schieben wir die Termine immer weiter nach vorne. An einem bestimmten Punkt werden wir dazu nicht mehr in der Lage sein. Aber wenn man anfängt zu sagen, dass die eugenischen Kriege in den 90ern stattfanden, ist man in Bezug auf die reale Welt ziemlich am Arsch. So, da frage ich mich ernsthaft, warum muss Star Trek mit unserer realen Zeit übereinstimmen? Was soll denn der Quatsch? Es ist doch völliger Humbug. Also das ist A, ein Schlag ins Gesicht für alles, was davor kam. A, finde ich ziemlich anmaßend, diese Aussage. Und B, warum? Ich meine, ganz ehrlich, es ist eine ausgedachte TV-Serie. Ich kann doch mal an der Stelle sagen, for all mankind. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Warum sind sie nicht so ehrlich? Warum sind sie nicht so ehrlich? Und sagen, passt auf, Freunde, das hier ist ein Reboot. Wir machen das komplett neu. Und alles ist fein. Ich verstehe nicht, warum sie nicht die Eier haben, einfach zu sagen, pass auf, das ist eine alternative Zeitlinie oder es ist einfach ein Reboot. Und alles wäre fein. I don't fucking get it. Okay, in die Ecke haben sie sich ja schon geschrieben. Da kommen sie jetzt nicht mehr raus. Und ich muss dem zum Teil recht geben. Also Star Trek muss nicht alinen mit unserer Gegenwart, was das angeht. Aber aus der Perspektive, wie es damals geschrieben worden ist, ist es halt eine potenzielle Sicht auf unsere Zukunft gewesen. Genauso wie Robocop und alles sowas damals gewesen ist. Man hat es im Jahr 2000 halt machen lassen, weil das noch 40 Jahre weg war. So ungefähr. Und Star Trek hat doch immer damit gespielt, dass die vor allem in solchen Zeitreise-Episoden in unsere Gegenwart zurückgeflogen sind. In die Zeit, wo das gerade gesendet wurde, wo es wirklich passiert, was wir gerade machen. Es ist schon eine Parallele. Es ist die ideale Sicht auf unsere Zukunft in der Richtung. Und ich finde es, so viel man bei New Trek auch anders macht, finde ich es okay, dass man eine gewisse Korrektur vornimmt, wenn man dann auch bei ihr bleibt. Das ist, glaube ich, eher das Problem. In ein paar Jahren wird es irgendwer wieder umdeuten. Das finde ich das Schlimme. Wenn man eine Bibel am Ende schreibt, wie die Eugenischen Kriege abgelaufen sein sollen. Okay, aber man muss ja auch ehrlich sagen, selbst bei DS9 oder bei Enterprise, wo sie einmal zurückgereist sind, das hat ja auch schon nicht mehr gepasst mit den Kriegen. Da waren sie doch auch irgendwann mal in den 90ern, wo längst die Eugenischen Kriege hätten stattfinden sollen. Also Star Trek hat sich ja immer wieder, die haben ja immer wieder geradconnt und immer wieder was gemacht. Und ehrlich gesagt sind die Eugenic Wars auch sowas, was so genau wie der Dritte Weltkrieg, was noch geschoben werden kann. Weil es einfach nicht, es ist im Rückblick für die Charaktere in der Zukunft relevant gewesen, aber nicht so, dass man nicht auch mal ein Datum anpassen könnte, was das angeht. Und ich finde es okay, wenn der Anspruch zumindest da ist, dass man wieder bei Star Trek sagt, es ist die ideale Utopie, aus der wir im Prinzip entstehen könnten. Und das fand ich immer schon einen schönen Gedanken, dass dann im Jahre ... Ja, aber die sehen wir ja nicht, die ideale Utopie, also außer in Stranger Worlds ... Da werden wir nicht hinkommen, aber man darf doch träumen. Ja, aber wir sehen sie ja halt auch in Star Trek nicht mehr. Also wir sehen sie in Stranger Worlds so ein bisschen, da ist es zumindest so ein bisschen farbenfroh, aber alles andere ist ja traurig, es ist fuck, also da willst du ja überhaupt nicht wohnen. Ich weiß, ich weiß. Das ist ja der Punkt. Also ich sage nur so, ich sehe solche Aussagen, das finde ich das harmloseste überhaupt und ich kann es nachvollziehen in der Richtung nicht, dass man ... Die müssen nicht sagen, ich habe Scheiße gebaut. Ein Reboot bin ich völlig bei dir. Machen sie ein Reboot? Geil, lass das ganze Franchise rebooten. Es muss nicht wieder dann mit Kirk rebooted werden, das sage ich nicht. Aber lass ein gegenwärtiges Star Trek machen, von unserer Perspektive aus, was in 300 Jahren passieren kann, mit den Idealen, dass es eine Sternenflotte gibt, die sich vielleicht anders gebildet hat und vielleicht hat es noch ansatzweise mit Vulkaniern und Erstkontakt zu tun. Aber dieser Erstkontakt ist dann vielleicht anders abgelaufen in der Richtung. Wäre ich dabei, könnte man machen. Dann wäre endlich, hätte man Clean Slate und könnte man wie die Abrams-Filme dann wirklich eine offene Zukunft haben, die dann hoffentlich dann nicht wieder mit Karm bevölkert wird. Ja, ja, allerdings. Weißt du, und wenn ich sage, es sind solche Kleinigkeiten, die mich dann halt eben immer wieder rausholen. Ich, nochmal, ich fand ja, man kann solche Zeitreise-Dinger machen, das ist ja in Ordnung. Ich finde es halt immer ein bisschen cheap, aber okay, alles gut, soll man von mir aus machen. Aber wenn doch diese alternative Zeitlinie, die sie uns da zeigen, wobei man sich da auch ein bisschen mehr Mühe hätte geben können, ihnen zumindest mal andere Frisuren verpassen oder irgendwas, so ein bisschen ein Unterschied, als einfach nur die Kommunikatoren austauschen. Weißt du, dann wird explizit gesagt, dass die Menschen und die Vulkanier nichts miteinander zu tun haben. Aber Spock existiert. Hä? Aber das ist doch das klassische Mirror-Mirror-Problem. Also den Twirling-Mustache muss man irgendwann dazwischen haben. Das fand ich okay, dass man einfach die Leute wiederholt. Das ist genau das Gleiche. Ja, Moment mal, nochmal, nochmal. Ja. Wenn die Vulkanier und die Menschen nichts miteinander zu tun haben, wie kann Spock dann existieren? Er ist halb Mensch, halb Vulkanier. How? Mhm. Es macht keinen Sinn. Amanda Grayson wurde entführt von den Vulkaniern irgendwann. Okay, ja. Also, verstehst du das so? Ja. Oder was mich so, Kirk sagt, also dieser Kirk-Imitator sagt, und damit habe ich nichts gegen den Schauspieler. Der macht das super, aber nenn ihn einfach Captain Smith und ich wäre völlig fein. Ja, ja. Nenn ihn nicht Kirk. Er sagt, er war noch nie auf der Erde. Warum kann er Auto fahren? Kann er ja nicht? Doch, kann er. Er legt einmal aus Versehen den Rückwärtsgang ein, sofort geht es nach vorne in einem Affenzahn, driftet er durch die Gegend. Ich bin letztens erst ein Mustang gefahren. Machst du nicht mehr eben so. Ja, okay. Wenn er sagt, Menschen und Vulkane haben nichts miteinander zu tun, wo erkennt er dann den Nerf-Pinch? Ach nee, das hat, das sagt er ja, glaube ich, das hat er im Knast gelernt. Ja. Glaube ich. Genau, okay, gut. Okay, dann ziehe ich das zurück. Aber verstehst du so die kleinen Sachen? Und dann, ja, man hat sich daran erinnert, dass Kirk wunderbar Schach spielen kann und sogar Spock in Toss im 3D-Schach geschlagen hat, aber wie viel Geld verdient man bitte beim Schachspielen am Hafen gegen irgendwelche Amateure? Ja. Dass man sich die Luxus-Suite im Hilton leisten kann mit Ausblick auf die Bay? Ja. Come on. Vor allem muss einem das irgendwann dann mal doch der Gruppe auffallen und dann geben die kein Geld mehr gegen den Großmeister aus. Eben. Ja. Alles ist okay. Ich kann die ganzen Sachen verstehen, aber es ist für mich eher noch wie die Mirror verse-Episoden. Das lässt mich halt nie eintauchen, ne? Es ist wie die Mirrorverse-Episoden. Also, du lässt dich nicht reinziehen in das Ganze. Wenn man über diese Mirrorverse-Episoden mal nachdenken würde, wie viel da einfach nicht passt, dass die trotzdem noch alle auf DS9 sind und trotzdem alle ihre Positionen haben. Das wird in einem Nebensatz ganz kurz gesagt, blablabla. Aber die hätten ja auch ganz andere Lebensabläufe haben können. Das vor allen Dingen auch noch jedes Mal genau das Mirror-Universe genau parallel zu den Figuren passt, die da hinüber gehen. Und ehrlich gesagt, das hat mich bei den Mirrorverse-Episoden nicht gestört. Und das hat mich bei diesen Episoden auch nicht gestört. Ja, ich hab mir ein bisschen gesagt, hä, muss ich wirklich, hätte sie vielleicht nochmal anders, hätte sie Bankautomaten hacken können, so ungefähr. Ja. Das wäre nachvollziehbar. Oder Pokerspielen. Beim Poker sind die Summen größer. Genau, beim Pokerspielen sind aber die Chancen auch entsprechend anders, was das angeht. Ja, aber ich hab das als Story vorangehen gesehen. Und mir ging es dann in dem Fall, wie gesagt, das war auch gar nicht der Fokus der Episode. Die hatten ein bisschen Spaß dabei, hatten eine schöne Montage mit drin, muss man immer dabei haben und dann geht's eigentlich zu dem eigentlichen Punkt der Episode und zwar Lahans Innenleben zu erforschen. Und dann kann man, so kitschig es auch ist, so einen jungen Kahn da auftreten zu lassen, ist es dann doch wieder eher dieses klassische Problem, würdest du in die Vergangenheit zurückreisen und ein unschuldiges Adolf-Hitler-Kind treffen, würdest du es erschießen? Naja, das ist schon klar, aber dafür macht diese Fragestellung halt nur den kleinsten Teil der Folge aus, weißt du? Ja. Die Frage kann man stellen und ich finde die Frage auch extrem Star-Trackig und die Frage finde ich auch grundsätzlich super und die kann man in verschiedene Richtungen diskutieren, aber sie ist halt hier einfach nur so, wie so oft im Grunde genommen, nur so reingeworfen, aber man beschäftigt sich halt nicht wirklich damit, sondern sie trifft halt dann in dem Fall kurz eine Entscheidung und tut es halt nicht und geht halt dann. Und ja, aber es sind so Kleinigkeiten. Ich weiß, ich bin mit picky, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber du hast gerade eben gesagt, hier das Mirrorverse, ne? Ja. Beim Mirrorverse, aber sind mir einfach nie, verstehst du, sie müssen den Satz ja nicht reinbringen von Kirk, ich war nie auf der Erde. Wenn ich ihn nicht reinbringe, gehe ich davon aus, dass auch dieser Kirk in Iowa geboren wurde und den, die, 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 die Kobra seines Onkels zu Schrott gefahren hat, wie in 2009er-Strike, so. Aber dadurch, dass sie explizit sagen, ich war noch nie auf der Erde und ich bin auf einer Raumstation geboren, frage ich mich, woher kann er Auto fahren. Und es geht ja noch weiter, du hast ja diese kleinen Bits and Pieces, dann hast du also diese Romulana-Tante, die ja erst so als Verschwörungstante rüberkommt, ne? Mhm. Und die zeigt dann dieses Foto von dem Bird of Prey. Ja? Mhm. Kannst du dich an dieses Foto erinnern? Mhm. Man sieht diesen Bird of Prey, kannst du dich an den Himmel erinnern? Ja, so halt komische Wolken mit Licht. Der war total bewölkt. Ja. Sie sagt, dieses Foto wurde aufgenommen von einem Hobby-Astronomen, der die ISS spotten wollte. Hä? Es ist bewölkt. Warum sollte er rausgehen mit seiner Kamera und die ISS zu spotten, wenn es bewölkt ist? Makes no fucking sense. Verstehst du? Das sind diese, diese, diese Kleinigkeiten machen mich wahnsinnig. Die regen mich auf, weil es, weil es schlampig, weil es schlampig ist. Weil es schlampig ist. Weil es vermeidbar ist und weil es schlampig ist. Das sagt mir, da gibt sich jemand keine Mühe. Er rotzt es einfach, die Texte werden rausgerotzt und die Props werden rausgerotzt und keiner überlegt, ob das Bild überhaupt Sinn macht. Es macht keinen Sinn, weil ein ISS-Spotter nicht rausgehen würde, wenn es bewölkt ist, um ein Foto zu schießen, weil es bewölkt ist. Verstehst du? Das sind diese kleinen Dinge. Das ist so einfach zu beheben. Es ist so einfach zu beheben. Und das ist ein Qualitätsstandard, der halt bei Star Trek einfach nur noch mittelmäßig ist. Und das kotzt mich einfach an. Das kotzt mich einfach an. Da fühle ich mich verarscht als Zuschauer. Ich komme mir nicht ernst genommen vor. Kann ich absolut verstehen. Du, kann ich verstehen. Und auch, wenn du das jetzt so sagst, fällt mir das auch auf. Aber wie bei einem B-Budget-Action-Film, wo mich andere Elemente mit reinziehen, hat mich das in dem Fall entsprechend gar nicht gestört. Die Story, die Folge fängt damit an, dass uns klar gemacht wird, La'an ist weiterhin ein Loner, die nicht mit dem Team klarkommt und die ihr eigenes Ding macht. In dieser Episode wird sie gezogen und dass sie aber auch Riesenprobleme damit hat, dass sie keine großen Verbindungen zu anderen aufnehmen kann, auch wegen ihrer Vergangenheit und weil sie damit psychisch mit ihrer Herkunft und weil sie damit zu kämpfen hat. In dieser Episode wird sie damit konfrontiert, dass sie mit jemandem bonden muss, den sie erst nicht sympathisch findet, sich aber dann auf ihn einlässt in eine Situation, wo sie alleine ganz klar nicht überleben würde, sondern nur mit Hilfe eines Freundes. Diesen Freund macht sie, das wird zu etwas mehr als einem Freund und sie wird mit ihrer Herkunft konfrontiert und lernt am Ende daraus, sich zu öffnen, auch wenn sie das wieder verletzt, weil das, wofür sie sich geöffnet hat, ist einfach nicht mehr dann in der Art und Weise, wie sie es sich gewünscht hat, nicht mehr verfügbar, weil das da wieder schief gegangen ist. Aber sie hat was über sich gelernt, dass sie sich öffnen kann und dass sie sich anderen Menschen anvertrauen kann. Und das ist das, das ist die Story für mich in dieser Episode und alles andere ist Beiwerk, um zu diesem Punkt hinzukommen und das finde ich von der Charakterisierung her stark und solche, solche Punkte mag vielleicht so ein Discovery als Idee gehabt haben für so einen Michael oder für irgendwen anderen, der da reinkommt. Aber sie haben es nie so konsequent und schön und auch natürlich aufeinander aufbauend hinbekommen, wie es zum Beispiel diese Episode bekommen hat. Die Charaktere passen für mich und das ist für mich dann am Ende das gewesen, warum mich diese Episode reingezogen hat und mich der Rest kein bisschen gestört hat. Fair enough, fair enough. Ich bin da einfach inzwischen schon ein bisschen überkritisch, glaube ich. Es tut mir ja selber schon ein bisschen leid, aber ich sehe die Sachen halt und denke mir so, boah, das wäre halt so, so einfach. Und diese Geschichte, töte ich den jungen Hitler oder tue ich es nicht, das ist ja auch. Wobei, wenn man jetzt Tos nochmal nimmt, dann war der Kahn ja gar nicht mal der Schlimmste von diesen Tyrannen in den Eugenischen Kriegen. Spock und Kirk sind sogar ziemlicher Fan von ihm in der Folge. Also, ja, von daher, das hat sich auch nochmal ein bisschen entwickelt. Aber ich kaufe es halt einfach nicht. Ich bin ja absolut bei dir, was diese LAN-Geschichte angeht, LAN-Geschichte angeht. Aber dafür brauche ich halt Time Me, Why Me nicht. Und das könnte ich auch komplett anders erzählen. Und das hatten wir in den ersten zwei Folgen auch schon, wo man gesagt hat, hey, die Story ist eigentlich cool, aber wie ihr da hinkommt, ist so völlig over the top und überkonstruiert, dass die eigentliche Geschichte hinten runterfällt. Das ist hier für mich auch wieder, es ist so völlig überkonstruiert, anstatt einfach eine kleine Episode zu erzählen, die auch rein an Bord der Enterprise spielen kann oder im Rahmen von einer Außenmission oder so, ganz einfach, aber ohne eben dieses Time Me, Why Me. Und, ähm, ja, dann sind es natürlich auch so, so, so Casting-Entscheidungen, also die Frau Romulus oder so, die sagt, sie ist seit 92 auf der Erde, wie alt ist die denn, bitteschön? Also, ja, aber die Vulkania, die, ich meine, hat man ja allein an Spock gesehen, dass er als Sentier aussteht. Ja, wahrscheinlich. Die leben ja lange. Und Romulaner sind ja verwandt. Genau. Keine Ahnung, wie das mit Romulanern ist, genau. Ähm, aber auch, und dieser Temporal Agent, der braucht, wofür braucht der eigentlich La'an jetzt genau? Um die Tür zu öffnen? Kann der sich nicht hinten dran beamen? Es ist eine Holztür. Ähm, und, 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 der Fingerabdruck, was, was kennt denn dieses Ding? Den Fingerabdruck oder die DNA? Und wenn es auf Nunien-Sing-DNA gebucht ist, dann kann das Kind auch einfach rausspazieren. Also, das ist einfach alles irgendwie so. Also, das ist halt, das sind diese typischen Sachen, die in so Zeitreisegeschichten stattfinden. Ja, braucht sie, weil sie in dieser Situation sein muss, weil es geschichtlich einfach so stattfinden muss, was das angeht. Und das sind dann halt wieder diese typischen temporaler kalter Kriegssachen. Die Dinge müssen geschehen, wie sie geschehen sind. Ansonsten wird alles verändert und dementsprechend passiert das hier auch. Und das fand ich recht spannend, die überhaupt generell wieder zu sehen. Und wenn sie dieses Thema nochmal wieder aufnehmen mit denen, sei es in noch ein paar La'an-Episoden, wie sie auf sich aufgestellt ist. Und jedes Mal mit einem anderen Kirk, bitte. Jede Zeitreise-Story mit einem neuen Kirk, in den sie sich neu verliebt, dann bin ich absolut dabei und hab wieder Lust. Weil das war auch ein Aspekt, den ich immer an Enterprise ziemlich geil fand, der leider ein bisschen dann runtergefallen ist, dieses temporaler kalter Krieg-Ding. Ja, das stimmt allerdings. Auch wenn die Romulaner-Tante halt so ein klassischer Bond-Bösewicht ist, die halt einfach so voll ihren ganzen Plan erzählt. Und ich hab mir dann auch an der Stelle nur so gedacht, warum, warum erzählt sie ihren Plan? Warum lügt sie La'an nicht einfach an? Sie braucht sie ja auch, um die Holztür zu öffnen, weil niemand eine Holztür öffnen kann anscheinend. Die war zu lange, die war 20, die hat 10 Jahre da alleine. Die musste sich da rumschlagen und sagt, endlich bist du da, endlich kann ich das irgendjemandem mitteilen, das ist der einzige Grund, warum ich hier bin und das soll jetzt bitte auch irgendjemanden hören. Da hätte sie sich doch eine geile Lügengeschichte ausdecken können. Er hat gesagt, okay, pass auf, du musst mir jetzt helfen, du musst unbedingt diese Tür öffnen, wenn du das machst, dann wird das Universum implodieren. Also sie bringt sie ja nicht mehr irgendwie in Versuchung, stattdessen erzählt sie ihr halt frei raus, was Phase ist und ich denke mir so, das war jetzt die Gelegenheit, bei der du ihr alles hättest erzählen können und sie hätte es dir im Zweifel auch geglaubt. Aber deshalb sage ich, das Ganze ist so ein Vibe-Star-Trek-Ding für mich. Da sind viele Sachen ähnlich wie, wenn man so ein Mission Impossible auseinander nimmt, da passt was vorne und hinten nicht. Da sind Logiklücken bis zum geht nicht mehr, aber generell die Message, die mit da drüber gebracht wird, in der Visualisierung, in der Charakterisierung, in der gesamten Atmosphäre, die passt für mich. Und auch wenn ich mir andere Star-Trek-Serien wünsche, passt diese Beschreibung auf eine gut funktionierende Vibe-Track-Serie für mich doch hier ganz gut. Okay, dann lassen wir mal Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow hinter uns und gehen mal mit Odysseus auf Entdeckungsreise zu den Lotus-Essern. Ich muss gestehen, ich war ja als Kind durchaus bewandert in dieser ganzen Odysseus-Geschichte, weil ich immer unterwegs mit Odysseus geguckt habe. Das war so eine Zeichentrick-Dokumentationsserie, also da gab es eine Crew mit so einem Kameramann und die sind mit einem Segelboot durchs Mittelmeer die Odyssee von Odysseus nachgesaust. Und dazu gab es dann an den einzelnen Orten, wo dann irgendwas stattfinden sollte, immer kleine Zeichentrick-Filme, die wurden in Reimform vorgetragen von Hans Klarin. Sehr schön, ja, unterwegs mit Odysseus, ganz großartig. Aber eine Sache hatte ich doch tatsächlich vergessen und du hast es gerade nochmal nachgeschlagen, weil ich mich fragte, wo kommt denn eigentlich der Titel her, was sind denn die Lotus-Esser? Du hast es nochmal nachguckt und ich muss sagen, ich habe das völlig vergessen. Also ich kann mich an die Geschichte noch erinnern, aber dass das was mit Lotus zu tun hatte, gar nicht mehr. Wer war nochmal die Lothophagen? Genau, also ich muss ja sagen, mein gesamtes griechisches Geschichtswissen und auch sehr viel Wissen habe ich immer nur durch die Linse von lustigen Taschenbüchern mitbekommen. Also alles haben mich für mich nicht Odysseus und Co. gemacht, sondern Donald Duck und Co., was das anging. Und da waren die alten lustigen Taschenbücher noch großartig. Bis in die, sagen wir mal, 90er Jahre hin, bis in die 200er Bände sind zwischen 100 und 200 sind ein paar richtig gute LTBs rausgekommen, wo man sich teilweise die ganze, den ganzen Band eher mit einem Thema beschäftigt hat. Und das ein Band war auch, da wurde Homer's Odyssee nacherzählt mit Donald, der diese ganze Reise hinter sich hat. Und da kommen die auch zu einem Punkt, wo die halt diese Früchte des Lotusbaums essen und dabei vergessen, dass er zu seiner Frau zurückgehen möchte, also zu Daisy zurück will und dafür die ganze Reise unternimmt. Und das ist dann entsprechend auch hier. Odysseus landet mit seinen Männern bei den Lothagen. Ähm, die werden schön gefüttert und durch dieses, die Lotusblüten, die die essen oder den Lotus, die die essen, der hat so eine berauschende Wirkung, äh, dass die vergessen, wo die eigentlich hin möchten. So, dann wisst ihr das jetzt auch. Zum Vergessen war ehrlich gesagt auch die Folge, äh, fand das langweilig und hat mir überhaupt nichts gegeben, der ganze Kram. Ähm, ich hab die Story auch gar nicht so wirklich gecheckt, also schon, aber, hä, Spock war mal wieder der unspockigste Spock aller Spocks. Äh, ne, 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 das war gar nichts für mich. Also es war bisher für mich die schwächste Strange New Worlds Episode. Von allen. Für mich nicht die schwächste, aber vielleicht eher die schwächste in dieser Staffel. Ähm, ich brauchte auch ein wenig, um in die Episode reinzukommen, was das angeht. Aber auch hier geh ich wieder auf den gleichen Punkt der, die Charakterisierung der Crew in der Art, wie Strange New Worlds sie vornimmt. Auch wenn Spock nicht der klassische Spock ist, wie man sich den aus Toss und so wünscht. Da kommt er ja noch hin. Passt. Wir haben ein bisschen Fokus auf Ortegas, die bisher noch kein Spotlight bekommen hat. Und wir haben, äh, einen klaren Fokus nochmal auf Pyke. Und da geht's einfach darum, das ganze Thema ist, der in der Serie ist, wer bist du innen drin, wenn dir alles weggenommen ist? Gibt es ein Wesen, das wir sind? Gibt es ein Ich, was wir sind, wenn uns alles genommen wird, was uns eigentlich ausmacht? Unsere Erinnerungen und unsere Erfahrungen. Wer sind wir dann? Und können wir gegen unsere eigene Natur aufbegehren? Und das ist so ein bisschen dieses Story-Vehikel des Vergessens. Die kommen auf diesem Planeten drauf an. Und wie wir später erfahren, äh, ist durch einen abgestützten Asteroiden, die Strahlung, die da stattfindet, vergisst man so langsam, wer man ist. Oder verliert alle Erinnerungen bis auf die essentiellen Sachen, die man quasi abverinnerlicht und als Muskel, diese Muscle-Memory, die man abgespeichert hat. Man verliert nicht zu lesen, man verliert nicht zu atmen, aber man verliert die flüchtigen Informationen über sich. Wo ich mich sowieso immer frage, wie das funktioniert. Das wurde ja auch schon ganz, ganz oft in anderen Sci-Fi-Serien in der Art und Weise genommen, dass man sieht, das Wesen der Charaktere ist im Prinzip das Gleiche. Pike ist jemand, der für seine Crew-Mitglieder alles oder für eine Gruppe von Menschen, denen er angehört, alles tun würde. Und das hat auch diese Episode gezeigt. Aber Pike ist auch jemand, was hier gezeigt hat, der ein Gewaltwesen in sich drin hat, vor dem er sich fürchtet und das er immer jedes Mal weiter bekämpfen muss. Und das ist dann die essentielle Lehre aus diesem Ganzen daraus. Auch, dass er, hier ist es übrigens klarer geworden, was wir uns das letzte Mal gefragt haben, ob er jetzt mit dieser einen zusammen ist, deren neben, Batel heißt sie, ob er jetzt mit ihr eine richtige Beziehung hat, ob es seine Frau ist oder nicht. Scheint nur eine Beziehung zu sein, was das angeht. Und das ist essentiell eine Pike und eine Ortegas-Episode, wo sie erfahren, was sie als Wesen ausmacht und als Charaktere ausmacht, auch wenn sie manches vielleicht davon bisher nicht so akzeptieren, in der Art und Weise, wie sie es leben. Ist Pike eigentlich der Käpt'n oder der Smoothie an Bord? Naja, die besten Käpt'n haben immer gekocht für ihre Crew, was das angeht. Hat Archer nicht auch so viel gekocht? Nee, hier, ähm, äh, Dings, äh, DS9, ähm, wie heißt er? Boah, wieso komme ich jetzt nicht auf seinen Namen? Unser Käpt'n von DS9. Äh, scheiße. I'm drawing a blank hier, helfen wir mal eben kurz. Cisco, äh, Cisco war doch auch so ein Koch-Fanatiker. Der war doch auch so ein Koch, oder? Ja, sein Vater halt, ne? Ja, stimmt, sein Vater hatte das Restaurant. Und er hat versucht, ihm nachzuahmen, was das angeht. Genau, richtig. Ja. Ja, ganz genau. Äh, ja. Ich weiß es nicht. Ja, das kann man natürlich so sehen, auch hier wieder. Hm, ich hab halt, ich hab halt, wie gesagt, bei, bei Spock halt auch, also Spock hat mich am meisten aufgeregt in dieser, in dieser Folge. Äh, wie gesagt, wie sie mit Spock grundsätzlich umgehen. Aber der, der war ja völlig, nicht, 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 nicht unbedingt relevant für die Folge. Ja, doch, natürlich, natürlich schon. Er, er steuert ja das Schiff mal wieder in das Asteroidenfeld der Woche. Und, ähm, ja, und, und das ohne auch nur irgendwas zu machen, da wird nicht gescannt, da wird keine Sonde, keine Probe raus, gar nix. Man zieht sich nicht einfach mal zurück von diesem Planeten oder sonst so goes, no, wir fliegen halt strange einfach in das, äh, weil direkter Mente in, in das Asteroidenfeld rein. Ja, aber das haben sie doch erklärt, warum sie das machen. Die dachten, die Strahlung kommt von dem Planeten und deshalb wollten sie sich von dem Planeten entfernen. Ja, aber sie haben halt nicht, ja, aber der Punkt ist, genau, du hast richtig gesagt, sie dachten. Where is the fucking science in my Star Trek? Ah, ja, ja. Genau diese Strahlung ausgesendet haben. Aber in der Situation hast du doch keine Zeit, extra noch eine Sonde, äh, rauszuhauen. Und der Scan hätte dir in dem Fall nichts gebracht, weil die Strahlung doch völlig unbekannt ist. Mhm. Das war doch eine Vermutung, dass es die Strahlung ist, das Ganze. Mhm. 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 Also hab mich alles nicht so überzeugt. Ja, aber die ganze Folge hab mich nicht überzeugt. Ja. Ja, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die ganze Folge hab mich nicht überzeugt. Und, ähm, äh, äh, ja, ich, ich kann auch zu dieser Folge irgendwie so gar nichts sagen, weil das das Einzige ist. Ich hab mir natürlich ein paar Sachen da notiert, ne? Äh, wie können die Phaser-Gewehre nach fünf Jahren noch funktionieren? Also, warum hat er das nicht vorher zurückgeholt? Ähm, äh, und was hat eigentlich dieser außen, der zurückgelassene Crewmember, war das jetzt ein guter König, war das jetzt ein böser König? Keine Ahnung, ja. Okay, er hat die, die Leute da im Bergwerk schuften lassen, aber war's das jetzt das Einzige? Äh, äh, Riegel ist ein ziemlich, äh, also, das Riegelsystem kommt mit seinen Planeten eins bis drölft sich in jeder Star Trek-Serie dreitausendmal vor schon bei Enterprise. Da ist eine Menge los im Riegelsystem, ja. Aber Righteous Heaven war doch genau der Planeten, die vor The Cage waren. Genau, ja, 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 schon klar, das ist, ja, ja, das weiß ich schon. Aber wie gesagt, das waren halt alles so, so Sachen, das hat mich einfach alles nicht abgeholt. Das sah auch alles so cheesy aus und, äh, ja, also ich, das war wirklich eine Folge, die fand ich einfach nicht gut, die hätte man irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen anders machen können. Dann auch jetzt, jetzt werft irgendwie jeder mit Asteroiden und Traktorstrahlen durch die Gegend, also das ist jetzt so. Aber bei Picard waren sie dann völlig platt, huch, das kann man machen, das wussten wir ja gar nicht, ja, ähm, ja. Aber Asteroiden mit Traktorstrahlen hat man doch schon öfters abgeschleppt. Ja, aber nie durch die Gegend geworfen. Ja, okay. Ja, das ist so. Ja, ich, ich, ich sehe, ich sehe auch hier, was du, was du meinst. Also deshalb sage ich auch, das ist eine der schwächeren Episoden dieser Staffel, weil es eher eine Standard-Episode, Standard-Episode ist. Das ist halt das, wie ich eben am Anfang gesagt habe, es hat mich stark an diese SG-1-Episode erinnert, weil ich jetzt keine andere ähnliche, äh, Track-Episode im Kopf hab, ähm, wo sie auf dem Planeten versklavt werden und in der, ich glaube, Naquadermine, ähm, die ganze Zeit schürfen mussten. Weil die irgendwas entdeckt haben und denen das Gedächtnis gelöscht wurde. Und dann finden sie sich als Team doch wieder zusammen, weil sie, dass ihre Natur ist, dass sie sich wieder finden. Das ist halt dieses generelle Ding. Äh, aus der Natur heraus wissen sie, dass sie zusammengehören, dass sie Freunde sind, wer sie eigentlich sind. Und trotzdem erfahren sie Dinge über sich, die sie nie, äh, nie wahrhaben wollten. Und dementsprechend lernen sie etwas über sich. Das ist halt dieses, dieses typische, das ist diese Amnesie-Standard-Geschichte, die man, äh, die man in all den Sci-Fi-Serien immer wieder hat. Deshalb, ich fand sie okay, weil Anson Mount einfach weiterhin ein absoluter Schambolzen ist. Und auch, ähm, Ortegas endlich mal ein bisschen was zu tun hatte, obwohl man ihr sicherlich auch eine bessere Story hätte geben können, was das angeht. Deshalb war es für mich nur Standard, auch dieses typische Middle-Age-Ding, was sie auf dem Planeten hatten, war okay, war für mich eher so Budget sparen, was das, was das angeht. Deshalb, ich hab sie als okay abgehakt und als angenehm in Richtung Ortegas und Pike, aber das war's dann auch schon. Also nicht, keine relevante Episode. Ja, absolut nicht, absolut nicht. Und, ähm, deswegen, ja, also es ist eine Folge, die ich definitiv nicht nochmal irgendwann besuchen werde, die ich im Falle eines Rewatches von Star Trek St. World definitiv skippen werde. Äh, weil, ja, Punkt. Ich gehe hier gerade nochmal so meine Notizen irgendwie durch. Da ist jetzt ehrlich gesagt nichts drauf, was ich jetzt irgendwie nochmal großartig, sind halt auch wieder so kleine Sachen, ne? Warum muss man wieder kilometerweit weg landen? Dann, warum nimmt man ausgerechnet Laan als erste Betroffene? Die ist doch eigentlich die, die so genetisch enhanced ist. Also, ja, auch hier wieder, ne, zurückgelassener Sternflottenoffizier bastelt sich sein einiges König, eigenes Königreich, hat man halt auch schon x-mal gesehen. Ist halt auch nichts Neues, ja. Und, ja, es ist halt irgendwie alles so, keine Ahnung. Für mich waren eher so andere Fragen ausschlaggebend, haben die keinen Geschirrspüler? Was ist mit dem Brandschutz? Ja, juckt auch keinen. Ich erinnere mich an eine Folge, da hat sich Picard, glaube ich, tierisch beschwert, dass Worf in seinem Zimmer mal zwei Kerzen angemacht hat für irgendein klingonisches Ritual. Da war aber Polen offen. Ja, und, ja, das, das waren so die, die Dinge, die mich bei dieser Folge umgetrieben haben und mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Deswegen würde ich sagen, lass uns bitte zur fünften Folge gehen, außer du hast noch irgendwas Substantielles zu dieser Folge hinzuzufügen. Ich habe auch, wie bei vielen, das finde ich das Interessante für mich bei Strange New Worlds, ich schaue mir die Folgen irgendwann an und habe einen Moment, bis ich da reinkommen muss, weil ich sehe, die Story haben wir schon x-mal erlebt oder das ist ein Twist auf eine Star Trek, auf ein Star Trek Klischee, was wir schon tausendmal hatten. Was mich aber dann an der Stange hält, sind wirklich die Charaktere und die Schauspieler, was das angeht. Auch hier, dementsprechend sage ich, ist für mich die Serie mehr auf Vibes und die Charaktere ausgerichtet, was gerade diese Episode nochmal stark gezeigt hat. Und ich finde es auch ganz gut, dass das in dem Fall nicht wieder eine typische Pike Episode war, wo er mit seiner Zukunft zu hapern hatte, sondern eher mit seinem Wesen an sich. Hm. Ja, okay. Für mich war das am Ende auch so unglaublich schnell gelöst, so. Er ist dann halt in dem Schloss länger drin, ach so, dann lässt die Wirkung nach. Okay, alles klar, danke, tschüss, we move on now. Wow. Ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt. Ich glaube, ich war kurz und was zum Trinken holen in der Küche und da komme ich zurück. Hä? Wie? Vorbei? Was jetzt passiert? Ja, hat er ja, hat der andere Officer ja erklärt, dass einen das Gebäude da schützt und dass die Wirkung recht schnell eintritt, dass die Erinnerungen zwar nicht alle direkt wiederkommen, dass das für alle Erinnerungen eine Weile braucht, aber dass die Effekte sehr schnell eintreten da drin. Hm. Ja. Naja, also lass uns bitte von. Zu Scharade gehen. Genau, lass uns Regel 7 verpassen und verlassen und zu den Scharaden gehen, die ich leider auch nicht viel besser fand. Ich dachte, vom Trailer her dachte ich auch, nee, nicht schon wieder so eine Body Swap Geschichte, aber am Ende war es halt dann auch wieder eine Spock Geschichte. Spock wird halt mal wieder menschlich oder was heißt mal wieder, weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber hatten wir jetzt schon. Weißt du, was ich lustig gefunden hätte? Ich meine, die Aliens sind jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass Spock unnormal ist, aber sie hätten ja auch vielleicht davon ausgehen können, dass Schwester Chappell die Norm ist und ihn einfach zur menschlichen Frau machen können. Das wäre mal witzig gewesen. Das wäre mal witzig gewesen. Da hätte ich gelacht. Aber, ja, was soll ich sagen? Auch hier wieder, es ist nichts Originelles. Es ist halt schon tausendmal gemacht. Been there, done that. Die Vulkanier sind halt jetzt allesamt die unwulkanigsten Vulkanier aller Vulkanier, also durch die Bank weg. Wieso? Naja, also der Mann von ihr, von der Schwiegermutter, er ist doch wohl völlig unwulkanisch, wie er die ganze Zeit da beim Essen stibitzt und sich dann so kindisch freut und so. Mohn ist aber lecker. Und sie ist halt auch einfach nur eine random böse Schwiegermutter aus dem Klischee-Drehbuch. Der Vulkanier, der von der Wissenschaftsakademie ist einfach nur rassistisch. Also, ganz ehrlich, das hat für mich irgendwie alles nichts mit logischen Vulkaniern zu tun, ganz ehrlich. Aber das ist ja in der Serie auch nichts Neues. Und Spock ist halt auch völlig unsbockig, was man ja machen kann. Das Dumme ist, er ist halt in jeder Folge völlig unsbockig und dann wird es halt irgendwann langweilig. Also, wenn er jetzt in jeder Folge einfach nicht so ist, wie man ihn kennt, dann ist es halt auch nichts mehr Besonderes, wenn er dann halt mal was anderes macht. Also, das ist für mich einfach viel zu häufig. Weniger ist mehr. Ja. Eine Sache, bevor ich darauf eingehe, die ich mich gefragt habe, sind Tepol, äh, Tepring und, äh, wie heißt sie, Tepral oder wie ihre Mutter heißt, mit Tepol verwandt. Aus Enterprise. Ich glaube, die haben alle einen Tee davor. Ich glaube, Frauen haben alle einen Tee davor oder so. Vielleicht, vielleicht schreibt das mal in die Kommentare. Frauen haben alle einen Tee davor, okay. Habe ich mich gefragt, ob vielleicht Tepol irgendwie die Großmutter von Tepring ist, sowas in der Richtung. Ich würde mich, würde mich bei denen Drehbuchschreiber jetzt auch nicht wundern, aber ich glaube, vikanische, vulkanische Frauen haben immer einen Tee davor. Ach so, okay, verstehe. Das ist, glaube ich, wie im Saarland, da ist immer es ist davor, es Tanja, es Alche, ja. Ja. Auch hier, ich, also diese, diese Folge mochte ich sehr. Ich musste mich ein bisschen darüber wundern, dass wir in der Art und Weise schon wieder eine Spock-Episode bekommen, weil die hatten wir ja schon öfters. Das ist jetzt in diesen zwei Staffeln, wo Spock sehr, wie du gerade gesagt hast, so Spock untypisch ist und dementsprechend in seine Probleme mit Tepring rein stolpert. Insgesamt habe ich aber durchaus die Entwicklung gesehen, die sie damit erreichen wollten und zu welchem Punkt sie gekommen sind, weil sie endlich ja mal was entwickelt haben in der Beziehung zwischen Schäppel und ihm und Tepring, was das angeht. Obwohl man natürlich vom Kanon her weiß, dass er am Ende sich wohl doch für Tepring entscheiden wird nach einer gewissen Weile. Ethan, wie heißt er, Ethan Peck oder wie der Schauspieler von Spock heißt, großartig auch wieder hier verhalten. Ich glaube, also so wie ich es mir vorgestellt habe, diesen Switch zwischen dem sehr menschlichen Spock und dem Spockigen Spock fand ich wunderbar gespielt und auch den Switch von dem menschlichen Spock, der versucht hat, wie ein Spock zu wirken, fand ich toll geschauspielert. Das hat mich vollkommen überzeugt, in der Art und Weise, was das angeht und auch diesen Arc fand ich, das ist halt dieses typische, man muss in eine Familiensituation rein, aber man verheimlicht etwas, weil man denkt, dann geht das worst case los. Und man muss es Spock am Ende auch wirklich, wie Tepring gesagt hat, ein bisschen vorhalten, ey, wir haben das doch schon dreimal erlebt, wieso vertraust du mir denn nicht einfach und sagst mir den Scheiß? Aus den Gefühlen von Spock her kann ich es verstehen, aber Tepring hat da vollkommen recht, als sie ihm das vorgeworfen hat. An sich fand ich auch hier wieder schön auf die Charakterisierung von Schäppel und Spock eingegangen, die Beziehungen von den dreien, was ich mir aber noch mehr wünschen würde, und das haben wir bei Schäppel noch nicht erlebt, eine Folge, die nicht mit Spock zu tun hat, die wirklich auf ihren Charakter an sich eingeht, wo man am Anfang der Staffel ja erlebt hat, dass sie ja irgendwas in den Klingonischen Kriegen gemacht hat. Und immer wenn der Fokus auf ihr in diesen zwei Staffeln war, war es so die Beziehung in Richtung, ihre Gefühle in Richtung Spock hin. Und das finde ich das schade, auch wenn man sieht, wie es sich entwickelt hat, vermissen wir doch so ein bisschen was an ihr als eigenständigen Charakter. Ja, sie ist schon so ein bisschen reines Love Interest, ne? Ja, ja. Vor allem habe ich mich halt gefragt, ich meine, der menschliche Spock ist jetzt, abgesehen von den Gefühlsballungen, doch eigentlich viel netter als der andere. Also warum will sie unbedingt den anderen wieder haben? Hat sie doch selber gesagt, es fehlt halt ein Stück, es ist nicht Spocks Bock. Ja, man will ja halt immer das haben, was man nicht haben kann, so ungefähr. Ne, auch hier die Amanda Grayson, die Darstellerin, die haben wir ja auch in Discovery schon gesehen als Amanda Grayson, fand ich hier, ich kann mich kaum daran erinnern, dass sie in Discovery aufgetaucht ist, aber ich fand hier als Spocks Mutter auch schön dargestellt, fand ich toll. Also mir, ich fand, ich fand's eine runde Episode, auch wenn es halt auch wieder dieses Standardkonzept ist, hat es für mich ähnlich wie bei Tomorrow, 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 Tomorrow and Tomorrow funktioniert von dem, was die Charaktere und Schauspieler daraus gemacht haben. Und wie man sieht, wie einfach dieses Team auf dem Schiff als Familie weiter zusammenwächst und aneinander wächst. Und das, das habe ich so an den damaligen Shows geliebt, dass die Crews einfach dann mindestens nach drei Staffeln eine Familie waren. Hier ist es jetzt schon deutlich früher, als es in den Entwicklungen von den anderen Shows war, aber das war die einzige, die, ich habe jetzt Prodigy nicht gesehen, Lower Decks ist für mich in die Richtung gegangen, dass es eine Familie, dass es ein Team ist, was zusammengehört. Aber das hat diese Episode auch nochmal für mich unterstrichen und deshalb kann ich auch hier auf diese Kleinigkeiten verzichten, weil die Comedy und die Charaktere für mich das getroffen hat, was das Ganze hier ausmacht. Und ja, es wäre schön, wenn wir es nochmal irgendwas anderes dahin bekämen in dieser Staffel als das Retelling und dann nur auf die, die, das Zusammenwachsen der Crew hinzuarbeiten. Aber vielleicht kommen wir ja noch dahin. Ich meine, wir haben ja noch, wir haben ja noch fünf Episoden. Ja, wo du gerade die Amanda Grayson ansprichst, ne? Ja, das war die gleiche Schauspielerin, aber warum muss ich aus der jetzt so eine Milf machen? Also, und die ist halt auch nur zehn Jahre älter als Ethan Peck und sieht aber fünf Jahre jünger aus als er. Das stimmt. Das ist für mich völlig fehlbesetzt. Also völlig, nicht fehlbesetzt in dem Sinn, dass die nicht schauspielern kann, sondern vom Typecasting her völlig falsch, wenn du mich fragst. Oder man muss hier halt ein paar graue Strähnen reinmachen oder so. Also, ne, hab mir für mich 0,0, hab mich auch voll rausgeholt. Ja, war so eine lustige Comedy-Folge, ha, ha, ha. Aber da muss ich halt dann ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir fünf Folgen rum und davon kann man drei im weitesten Sinne irgendwie so ein bisschen als lustige Comedy-Folgen abhaken. Hm, go on with the show. Ja, das, das ist ehrlich gesagt so mein Ding, die Halbzeit ist rum und ich frag mich so, ja, wann geht denn jetzt mal irgendwie so mal ein bisschen was los hier? Also, da stehst du, sie haben, hätten sie halt jetzt nichts angedeutet, würde ich gar nicht danach fragen, aber wenn sie halt so eine Gorn-Geschichte da in den Raum schmeißen, dann mach halt mal was damit. Aber es wird wahrscheinlich wieder nur die letzte halbe Stunde der letzten Folge sein. Ist für mich okay. Ich find eher dann das Problem, dass wir eben nicht diese 20 Episoden haben oder 24, wie wir es früher gewohnt sind. Also, während Discovery sehr stark versucht hat, nur auf dieses Serielle da zu gehen und wenig auf die Episoden der Wochen, geht Strange New Worlds völlig auf die Standard-Episoden mit der Weiterentwicklung von Charakteren ein, anstatt eine große Story voranzutreiben. Ist für mich völlig in Ordnung, weil jetzt die Gorn interessant sind, aber für mich das Ganze das nicht ausmacht. Wenn wir jetzt meinetwegen eine Entwicklung in Staffel 3 hätten, wo wir einen größeren Arc von allem bekommen, fände ich gut, wenn wir jetzt den 20 Episoden lassen, um da wirklich, wie ich gerade schon öfters gesagt habe, eine Familie und eine tighte Crew rauszumachen, die man dann in Probleme reinschmeißt, in wirklich richtige Probleme, in ethische, moralische Fragen hineinwirft, die die Crew ans Rande ihrer Möglichkeiten und an ihre Charaktere ranbringt, dann wäre es für mich erst recht eine runde Serie. Ansonsten ist es für mich gerade eine Vibing-Feel-Good-Track-Serie. Und das ist ja auch grundsätzlich okay. Ich wollte mir an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, es ist schon in Ordnung, was ich da sehe, aber ich denke halt hier und da könnte es halt einfach noch ein Ticken besser sein. Und es wäre halt kein großer Aufwand, es ein bisschen besser zu machen. Das ist so der Punkt. Wir reden immer noch von drei Milliarden Lichtjahre besser als Discovery und PK. Das sollte ich an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen. Ja, deshalb, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auf diese Staffel, die weiter gucken zu können und ich freue mich auch, wenn es bei diesen netten Episoden dabei bleibt und wir uns jede Episode nochmal mit irgendeinem anderen Teammitglied beschäftigen. Vielleicht sogar auch mit Bruder Kirk, dass einmal der näher charakterisiert wird, weil es ein kompletter Nebencharakter ist. Wäre für mich völlig okay, wenn sie das Spiel dann nicht in Staffel 3 und 4, wenn es die gäbe, genauso wiederholen, sondern die Serie und die Charaktere voranbringen und sie challengen. Gut, die nächste Folge heißt Lost in Translation und auf dem Probobild sieht man ganz dick Uhura. Ich glaube, es wird dann Uhura-Folge werden. Genau. Und dann bekommen wir die Crossover-Episode. Oh, die ist dann schon, na, da bin ich ja mal gespannt drauf. Da könnt ihr euch dann auch drauf rollen. Vorher wollen wir aber natürlich von euch wissen, wie hat euch denn das Ganze gefallen? Bin ich wieder mal zu nitpicky und zu kritisch gewesen? Seid ihr mehr auf der Seite von Michael, der natürlich wieder überhaupt keinen Rückgrat hat und das alle abfeiert wie verrückt? Oder habt ihr eine ganz andere Meinung dazu, dann schreibt sie uns an info at nerdizismus.de oder schickt uns eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht an die 01525 964 7709. Da freuen wir uns natürlich auch über Nachrichten auf unserem Discord-Server nerdizismus.de slash Discord. Und dann gibt es noch eine klitzekleine Ankündigung zu machen. Die ein oder anderen werden es ja wissen, dass ich mit dem Chris von Last Geek Tonight eine kleine Show habe, nämlich Nerdikrismus. Und da könnt ihr euch schon mal den 20. Oktober vormerken, denn da werden wir eine klitzekleine Show live machen in Essen im Rabbit Hole Theater. Es sind nicht viele Plätze, 40 Plätze nur. Es wird eine ganz kleine kuschelige Sendung werden. Da gehen wir mal live on stage und probieren das mal aus, ob das wirklich so lustig ist, wie wir zwei meinen, dass es das ist. In diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank dafür. Du hast vorhin gesagt, wir müssen über Secret Invasion nicht lange reden, dann werden wir das trotzdem noch die Tage machen. Wann ist denn das vorbei? Ja, ich glaube, wir haben jetzt noch insgesamt drei Episoden oder zwei in irgendeiner Art und Weise. Ja, bin ich kein Fan von. Ich würde lieber mit dir über den neuen Mission Impossible und vielleicht noch Oppenheimer reden. Ja, dann machen wir das in einem Doppelfeature auch noch. Da will ich ja auch auf jeden Fall noch reingehen. Secret Invasion sollte man vielleicht trotzdem noch irgendwie abhandeln. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann die Tage nochmal, die Mandalorian-Folge von der FatCon zu schneiden. Und es geht natürlich auch mit The Walking Dead demnächst weiter, wobei ich glaube ich noch gar nicht weiß, ob es ein deutsches Startdatum gibt. Naja, ihr werdet das auf jeden Fall mitkriegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst die Bewertungen und die Empfehlungen aneinander. Eure Freunde, Verwandten und Tanten, Muttis und Omas und eure Hunden nicht. Und in diesem Sinne macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschau. Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.